Du möchtest in Zukunft Online-Produkte verkaufen, sei das Coaching, sei das ein Online-Kurs, sei das eine Membership und bist dir total unsicher, ob du das irgendwie alles selbst bauen sollst oder dafür eine Verkaufsplattform nutzen sollst, dann bist du hier genau richtig, denn wir schauen uns heute mal Pro- und Kontra-Argumente für das Nutzen einer Verkaufsplattform wie zum Beispiel Elo-Page, Digistore und so weiter an. Falls du neu hier bist, dein kurzes Hi, ich bin Isabel, ich helfe dir im Aufbau deiner Soloselbstständigkeit. Falls du also gerade ganz am Anfang oder mitten auf dem Weg stehst, dann schau dich super gerne mal auf meinem Kanal um. Hier findest du ganz viele hilfreiche YouTube-Videos. Heute schauen wir uns aber mal das Thema eigene Produkte verkaufen bzw. wie man die dann genau verkauft, wo man die lagert, wo man die an die Kunden bringt, wie die Kunden bezahlen und so weiter an und sprechen darüber, ob es sich dabei lohnt, eine Verkaufsplattform zu nutzen oder nicht. Ich werde für dieses Video heute mal die Verkaufsplattform Elo-Page als Beispiel nehmen. Das ist hier kein gesponsertes Video, keine bezahlte Werbung. Ich packe dir mal meinen Affiliate-Link in die Infobox. Das heißt, wenn du mit Elo-Page arbeiten möchtest, gerne über meinen Link anmelden, dann bekomme ich ein bisschen Provision für die Weiterempfehlung. Aber wie gesagt, Elo-Page beauftragt mich nicht für dieses Video. Es ist einfach so, dass ich schon seit vielen Jahren mit der Plattform arbeite und dir jetzt einfach mal anhand des Beispiels von Elo-Page, weil ich da einfach persönlich Erfahrung habe, ich weiß nicht, wie das mit Digistore zum Beispiel funktioniert, so ein bisschen erklären möchte, wo ich Pro- und Kontra-Argumente sehe und ob ich das Ganze empfehlen würde oder eher nicht. Vielleicht mal zum Einstieg, warum braucht man überhaupt so eine Verkaufsplattform? Nehmen wir mal an, du möchtest einen Online-Kurs verkaufen in Zukunft und bist gerade dabei, dieses ganze Produkt zu entwickeln. Vielleicht hast du schon erste Videos gefilmt. Falls du zum Thema Online-Kurs erstellen Hilfe brauchst, da habe ich übrigens auch hilfreichen Content zu auf meinem YouTube-Kanal. Aber jetzt stehst du irgendwie vor dem Punkt, dass du sagst, ich habe da ein Produkt und ich möchte das gerne irgendwie verkaufen. Aber wie sieht denn mein Kunde dieses Produkt? Also wie bereite ich das auf? Wie bezahlt mein Kunde dieses Produkt? Wie bekommt mein Kunde dann Zugang zu diesem Produkt? Und für solche Sachen sind halt einfach Verkaufsplattformen richtig nice to have. Gerade wenn wir, ich fokussiere mich hier auf diesem Kanal ja vor allem auf Solo-Selbstständige. Das heißt, wir sind häufig One-Man-Shows, One-Woman-Shows. Und da ist es einfach nicht möglich, dass wir in den meisten Fällen gerade am Anfang ein ganzes Team an Entwicklern beauftragen oder einen Profi-Entwickler, der uns eine eigene Plattform baut oder das alles auf der eigenen Website macht. Und wir müssen ja auch immer gucken, dass das alles DSGVO-konform ist, weil wir ja zum Beispiel bei einer Zahlung dann auch mit sensiblen Daten von Kunden arbeiten und solche Geschichten. Und da kann so eine Verkaufsplattform Gold wert sein. Vielleicht hörst du schon ein bisschen raus, ob ich am Ende des Videos eher ein Pro- oder Kontra-Fazit ziehen werde. Aber wir gucken uns jetzt wirklich mal ganz genau an, ob das für dich Sinn macht, was vielleicht Faktoren sind, die du auf jeden Fall positiv, aber auch negativ beachten solltest. Ich habe mir mal alle Pro- und Kontra-Argumente runtergeschrieben, die mir so eingefallen sind. Und wir starten mal mit dem Positiven. Wir gehen erst mal durch, warum meiner Meinung nach eine solche Verkaufsplattform Sinn macht oder wie es dir auch die Arbeit erleichtern kann. Und Number One ist auf jeden Fall, diese ganzen Verkaufsplattformen sind mittlerweile so benutzerfreundlich und so einfach einrichtbar, dass selbst jemand wie ich, der jetzt nicht groß Ahnung von IT hat, ich hole für alles immer, mein Freund ist Gott sei Dank ITler Marco dazu und bin immer so, Marco, hilf mir mal bei WordPress, mach mal dies, mach mal das. Aber Elo-Page habe ich komplett alleine bisher hingekriegt. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein großer Pro-Faktor, dass man das einfach sehr easy managen kann und wie ich vorhin schon gesagt habe, halt nicht ein ganzes Entwicklerteam braucht, um sich da irgendwie zu überlegen, wo hoste ich denn jetzt meine Videos und wie werden die Leute dann in den privaten Login-Bereich geleitet und so weiter, sondern ich sehe genau, okay, ich muss klicken, neues Produkt erstellen, ich muss einen Titel eingeben, ich muss auswählen, was das kosten soll, ich muss auswählen, wie die Leute bezahlen können und das ist irgendwie so simpel, dass man da nicht viel falsch machen kann. Aktuell bin ich bei Elo-Page noch im Reseller-Modell. Elo-Page bietet einmal an, dass man seine Produkte im eigenen Namen verkaufen kann. Man kann aber auch ins Reseller-Modell wechseln. Das heißt, Elo-Page übernimmt quasi die Zahlungen für dich. Das heißt, wenn Kunden eine Rechnung bekommen, steht da nicht drauf, hier Isabel Mögelin so und so, sondern da steht der Zahlungsabwickler von Elo-Page drauf und du bekommst, oder ich in dem Fall, weil ich es mit Elo-Page mache, einmal im Monat, zweimal im Monat einfach eine Auszahlung über deine oder eine Gutschrift über deine ganzen eingenommenen Gelder. Und das macht es super einfach, weil ich mich nicht um Rechnungsstellung und so weiter kümmern muss. Ich muss mich nicht groß um jede einzelne Buchung kümmern und sehen, ach, der Kunde ist aus der Schweiz, wie führe ich da Umsatzsteuer ab und so weiter, sondern dadurch, dass ich im Reseller-Modell bin, gebe ich zwar ein bisschen mehr Kohle ab, zu den Gebühren kommen wir später nochmal, aber das erleichtert mir so viel, weil ich am Ende des Monats halt nur diese eine Gutschrift bekomme, die ich dann versteuern muss und wo ich dann irgendwie meine Umsatzsteuer abführen muss und so weiter, anstatt das so für Hunderte von Rechnungen monatlich machen zu müssen, weil wir natürlich alle hunderte von Kunden jeden Monat irgendwann haben wollen. Das ist also ziemlich easy. Verkaufsplattformen bieten dir auch einfach den großen Vorteil, dass Prozesse sehr automatisiert ablaufen. Das heißt, du musst dir keine Gedanken machen, wie dein Kunde durch diese ganze Bezahlreise und so weiter durchgeführt wird, sondern du kannst sagen, okay, Kunde muss Preis X zahlen, Kunde bekommt eine Dankes-E-Mail oder eine Kaufbestätigungs-E-Mail, die ich manuell anpassen kann, Kunde wird eventuell noch auf eine Website weitergeleitet, wo er dann oder sie dann das und das runterladen kann. Also das ist super easy gemacht. Kunde bekommt automatisch Zugriff zu den Online-Kursen, weil ich die Inhalte direkt in Elo-Page zum Beispiel hochladen kann und dieser ganze Prozess, den man sich sonst riesengroß auf einer Mindmap irgendwie aufbauen muss, ich habe das gerade gemacht, weil ich für eine Newsletter-Automation so ein bisschen mir runterschreiben wollte, welche Punkte ich alle beachten muss und ich dachte so, gar keinen Bock da drauf, das waren so viele Pfeile rechts und links und hier und da und da bin ich sehr froh, dass eine Verkaufsplattform mir diesen ganzen Prozess abgenommen hat. Du hast bei einer Verkaufsplattform natürlich auch jederzeit einen Support, den du kontaktieren kannst, das heißt, wenn du das Ganze alles ohne Verkaufsplattform machst, dann kontaktieren deine Kunden natürlich dich und sind so, SOS, da hat was nicht geklappt, SOS, wo ist mein Produkt, was auch immer dann vielleicht schief gehen mag und bei einer Verkaufsplattform ist es natürlich so, dass da auch immer Dinge schief gehen können oder irgendwas nicht so funktioniert oder der Kunde nicht sofort weiß, wie das funktioniert, aber wenn ich das nicht weiß, dann kann ich einfach kurz da anrufen. Letztens hatte ich zum Beispiel eine Situation, wo ich dringend was ändern musste und ich konnte da einfach kurz anrufen, die Person hat das oder der Mitarbeiter hat das mit mir am Telefon gemacht, zehn Minuten später hatte ich dieses Problem gelöst und ich weiß mittlerweile, okay, im Hintergrund dieser Verkaufsplattform sitzt ein gutes Support-Team und egal was passiert, irgendwie kriege ich Dinge schon geregelt, das gibt mir persönlich so ein bisschen Sicherheit versus ich stehe da komplett auf mich alleine gestellt und muss das irgendwie alles lösen und wenn ich dann gar keine Ahnung von Technik habe oder merke, dass irgendeine Sache eigentlich überhaupt nicht DSGVO-konform ist, die ich da mache, dann sind das halt ein paar mehr Sorgen, die man da hat. Theoretisch brauchst du, wenn du mit einer Verkaufsplattform wie zum Beispiel EloPage arbeitest, auch gar keine Website am Anfang, weil man bei EloPage auch so einen OnePager für sein eigenes Produkt erstellen kann, also gerade wenn du ganz am Anfang stehst, vielleicht hast du eine Reichweite über Instagram oder YouTube und du sagst, Thema Website ist ein XL-Baustein, ich möchte lieber erstmal in meinen kleinen Online-Kurs rausbringen und den schon mal vermarkten. Informiere dich da einmal, wie das mit Impressum-Datenschutz sitzt, das weiß ich nicht ganz genau, aber du kannst theoretisch schon mal so einen OnePager anlegen, wo auch schon mal Infos zustehen, wo die Leute dann direkt da drin buchen können, also theoretisch kann eine Verkaufsplattform am Anfang auch eine Website ersetzen. Also natürlich ist es geil, wenn man langfristig eine eigene coole Website hat als Unternehmen, als Solo-Selbstständige, aber wir müssen ja so ein bisschen Schritt für Schritt vorgehen und wir können halt als Solo-Selbstständige nicht 2000 Sachen gleichzeitig machen. Ich glaube, das auch immer wieder, wenn neue Mitglieder immer im Projekt was wir ins Club beitreten, dann sind viele am Anfang so, dass sie mal ins Forum schreiben, wo fange ich an? Kann mir mal jemand helfen? Ich habe so diese 500 Baustellen und was sortiere ich? Was priorisiere ich? Wie mache ich das? Wie gehe ich mit Struktur daran? Und das ist so ein Thema, was uns alle beschäftigt, weil wir als Solo-Selbstständige alle merken, SOS, das sind viel zu viele Sachen auf einmal und da muss man so ein bisschen priorisieren. Also das kann von Vorteil sein, wenn du sagst, Thema Website ist dir viel zu groß. Du kannst mit solchen Verkaufsplattformen auch im Nachgang deine Produkte super easy und schnell anpassen. Also wenn du zum Beispiel ein Kursupdate rausgibst oder eine neue Lektion gefilmt hast oder du gemerkt hast, da ist ein Tippfehler, das ist alles super easy und schnell machbar. Ich kann zum Beispiel auch neue Preispläne einstellen und sagen, okay, ab November soll das Produkt jetzt irgendwie mehr kosten oder einen Gutschein anlegen. Das sind alles so Funktionen, die mit ein, zwei, drei Klicks machbar sind, was halt super praktisch ist. Was ich auch sehr wichtig finde, du hast mit einer Verkaufsplattform einfach eine gewisse Sicherheit, dass zum Beispiel ein Online-Kurs, den du erstellt hast, hinter so einer Paywall gesichert ist. Also, dass eine Person auch erst darauf Zugriff hat, wenn sie wirklich bezahlt hat. Weil zum Beispiel bei EloPage, ich glaube, das ist bei Digistore und diesen ganzen anderen Plattformen auch so, ist es halt so, dass die Person quasi mit dem Kaufen Konto anlegt auf der Verkaufsplattform und in diesem Konto dann die einzelnen gekauften Kurse alle auflaufen. Das heißt, Susanne, die meinen Kurs kauft, als Beispiel, kann den jetzt nicht einfach ihrer Freundin Laura weiterschicken per Link und Laura kann auch darauf zugreifen, weil sie jetzt den Link hat, sondern Laura kriegt dann eine Fehlermeldung, SOS, du hast nicht bezahlt. Natürlich kann Susanne trotzdem Laura ihre Login-Daten vom Account weitergeben, dann kann Laura sich das auch angucken. Sowas kann immer online passieren, aber grundsätzlich ist es schon mal sicherer, als wenn du jetzt zum Beispiel einfach das alles selber machst, dem Kunden vielleicht manuell selbst eine Rechnung über LexOffice oder so schreibst und dann dem einfach einen Link zuschickst über YouTube, wo du dann vielleicht dein Webinar hast oder was weiß ich, dann kann das natürlich oder auf deiner Website ungesichert kann das natürlich diese Person, nennen wir sie jetzt Susanne, weil ich gerade dabei schon war, so viel sie will, weiter verbreiten. Und wenn wir jetzt mal bei diesem Beispiel bleiben, du hast deinen Kurs auf einer Verkaufsplattform eingestellt versus du hast es zum Beispiel in einem YouTube-Video, dein Kurs auf so einer Verkaufsplattform ist natürlich tausendmal geiler strukturiert. Du kannst da Überthemen anlegen mit Untermodulen, die Leute kennen Sachen ein- und ausklappen und bei einem YouTube-Video oder wenn du das irgendwie über deine Website machst, dann ist es häufig nicht so geil strukturiert. In den Verkaufsplattformen können die Kunden auch klicken, hey, diese Lektion habe ich abgehakt oder können sich vielleicht sogar Notizen machen, je nachdem, welche Verkaufsplattform du nutzt und das ist einfach richtig geil. Das heißt, ich liebe diese Customer Experience, wie man so schön im Englischen sagt, die die Kunden durchleben und du kannst das richtig schön und angenehm für deine Kunden gestalten, weil Kunden wollen ja wirklich an die Hand genommen werden, die wollen von ihrem Punkt A zu Punkt B gebracht werden und das schaffen wir natürlich leichter, wenn wir sie richtig schön geordnet durch verschiedene Sachen durchleiten können versus wir haben irgendwie so fünf verschiedene Links, wo sich die Leute irgendwie was runterziehen können und dann sagst du, ja, wenn du jetzt das Handout dort so haben willst, dann guck nochmal in deine Kaufbestätigungs-Mail von vor zwei Wochen, weil da habe ich dir das als Anhang oder da habe ich dir einen Link zu Google Drive, so das ist alles so kompliziert und wir wollen es dem Kunden ja einfach machen, damit er schnell und einfach seine Erfolge feiern kann. Und noch so ein paar weitere Sachen, die einfach cool sein können. Ich habe zum Beispiel mittlerweile auch ein Feature, das nennt sich Mahnwesen und Inkasso, das heißt, die Verkaufsplattform kümmert sich auch darum, wenn Kunden mal nicht bezahlen. Man hat halt zusätzlich auch noch so Analyse-Daten, auf die man zugreifen kann. Ich persönlich greife da nie drauf zu, aber meine liebe Mitarbeiterin Sarah klickt sich da gerne mal durch und guckt sich Sachen an. Ich bin einfach absolut kein Zahlenmensch, aber ich weiß, dass sie da sind und dass ich sie theoretisch oder eine Mitarbeiterin von mir nutzen könnte, was natürlich ganz cool ist. Das klingt ja jetzt alles richtig gut, aber da muss es ja sicherlich auch negative Seiten zu so einer Verkaufsplattform geben und die gibt es natürlich beziehungsweise Sachen, über die man sich einfach bewusst sein muss und wo man einfach für sich entscheiden muss, hey, lohnt sich das? Aber ob sich das lohnt oder nicht und wie man das entscheidet, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, weil meiner Meinung nach sollte man immer abwägen, ich komme eigentlich jetzt schon drauf zu sprechen, ob sich die negativen Seiten halt, also ob die überwiegen oder ob wir vielleicht dieses Geld, was wir jetzt in die Hand nehmen, was gleich kommt und Gebühren und so weiter, ob diese ganzen negativen Seiten nicht vielleicht doch Sinn machen, wenn wir dafür so viel mehr Routinen aufbauen können für unsere Kunden oder für unser Business, so viel mehr geile Customer Experience, so viel Sicherheit und all diese Dinge. Also wiegt das immer gut ab und in der Regel lohnt sich an manchen Stellen einfach Geld auszugeben und ich gebe jetzt schon mal das Fazit meiner Meinung nach, solche Verkaufsplattformen wie Elo Page lohnen sich am Anfang extrem, weil wir einfach so viel zu tun haben als Solo-Selbstständige und so viel gleichzeitig managen müssen und das nimmt einem einfach so einen riesen Batzen an Aufgaben und ganz ehrlich, ich wurde letztens in der Membership, also in meinem Projekt Was, wenn es klappt, auch mal gefragt, ob ich Anfängern wieder empfehlen würde, mit Elo Page zu starten, wie ich das gemacht habe und mittlerweile bin ich vielleicht an einem Punkt, wo ich hier und da mal überlege, wie ich so langfristig, ob ich irgendwann mal das alles mit einer eigenen Plattform machen möchte und so weiter, aber für den Start würde ich jedem immer wieder Elo Page oder eine andere Verkaufsplattform empfehlen, weil das einfach so viel Zeit spart und so viel abnimmt und so viel, gerade wenn man sehr ängstlich ist, einem irgendwie so eine gewisse Sicherheit gibt, weil man denkt, okay, das funktioniert schon alles irgendwie, andere Leute kriegen das auch mit so einer Plattform hin. Also, kommen wir aber mal zu einer Sache, die viele jetzt wahrscheinlich diesen Pro-Argumenten gegenrechnen und das ist einfach das Geld. Man zahlt bei diesem Verkaufsplattform häufig eine gewisse Grundgebühr monatlich für den sogenannten Plan, also zum Beispiel 39, ich denke mir die Preise gerade aus, ich weiß die nicht von Elo Page oder Digistore, wie die alle sind, müsst ihr mal vergleichen, aber sowas wie 39 Euro für Einsteiger, wo man dann irgendwie 10 Videos inklusive hat oder x Kunden oder was weiß ich, dann 69 für den erweiterten, das steigert sich natürlich je nach Funktionsumfang und dann zahlt man aber zusätzlich noch pro Transaktion, also pro Kauf von einem Kunden Gebühren und das kann sich läppern. Also, bei mir sind das mittlerweile echt hohe Summen, die ich mir da angucke, die ich mittlerweile an Elo Page abgedrückt habe, aber auch hier wieder dieser Punkt, es muss halt im Verhältnis stehen zu dem Aufwand, den ich mir dadurch spare und solche Sachen und für mich ist es das aktuell noch so, dass ich so denke, ey komm, ich nutze lieber so eine Verkaufsplattform, als dass ich mir da irgendwie einen einstelle, der das alles manuell erstmal aufbaut und so weiter. Von daher rechne das für dich mal durch, ob sich das lohnt. Das heißt, du hast monatlich einmal fixe Kosten und dann halt noch monatlich einfach gewisse Gebühren, die von deinen Einnahmen abgezogen werden. Was man natürlich aber auch nicht außen vor lassen sollte und nicht vergessen darf, du bist, wenn du dich einmal für so eine Verkaufsplattform entscheidest, in gewisser Maßen erstmal daran gebunden. Also es kann schwer sein, dann davon wegzukommen. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, dass du zum Beispiel einen Online-Kurs hast und sagst irgendwann, ey, ich möchte gerne die Plattform wechseln oder ich möchte das selber machen, dann musst du natürlich schauen, dass Kunden, die schon diesen Online-Kurs gekauft haben, auch weiterhin in irgendeiner Form darauf Zugriff haben. Das heißt, vielleicht musst du weiterhin monatlich deine Gebühr an Elo-Page bezahlen, einfach nur, dass dein Konto bestehen bleibt und Kunden noch Zugriff darauf haben. Oder vielleicht hast du zum Beispiel, wie ich, monatliche Abo-Raten von Kunden, die Monat für Monat einkommen und dann kannst du vielleicht nicht einfach mal so das ganze Zahlungssystem wechseln und so weiter. Das sind so Sachen, die muss man sich natürlich langfristig, über die muss man sich langfristig irgendwie bewusst sein, aber ganz ehrlich, da bin ich absoluter Mensch, der denkt, go with the flow, ich muss mir ja jetzt noch keine Gedanken machen, so war ich früher immer, was glaube ich so ein bisschen in Richtung Angst vor Erfolg geht, dass ich dachte, ja, aber was, wenn ich irgendwann mal eine Million verdiene, dann gebe ich ja 500.000 an Dingsgebühren. So hoch wäre das nicht, aber du weißt, was ich meine, manchmal rechnet man das so dumm hoch in seinem Kopf und dann denke ich mir so, ja, aber wenn ich eine Million verdiene, dann habe ich auch Leute oder kann mir Leute beauftragen, die sich darum kümmern, dass ich das dann irgendwie umstelle, also stresst dich da nicht so. Es kann natürlich auch sein, dass Plattformen mal ihre Bedingungen und Preise ändern. Da bist du dann natürlich auch in gewisser Maßen von abhängig, wenn jetzt zum Beispiel auf einmal, ich hatte das zum Beispiel, dass ich ein Paket upgraden wollte in Elo Page und Elo Page die neuen Preise angepasst hat. Natürlich wurde im ersten Moment mein Preis, den ich von vorher hatte, von meinem jetzigen Paket, was ich damals hatte, nicht angefasst. Das heißt, ich habe weiterhin den alten Betrag gezahlt. Als ich dann aber upgraden wollte, musste ich halt den neuen Preis zahlen von dem neuen Paket. Das heißt, ich musste quasi, hätte eh schon teurer bezahlen müssen und dann musste ich aber nochmal teurer bezahlen, weil das teurere Paket teurer wurde. Und das ist natürlich so was, das kann einem passieren. Das hängt wieder dann ein bisschen damit zusammen, dass du halt abhängig von so einer Plattform bist und das muss man einfach beachten, dass sowas auch mal auftreten kann. Eine Sache, die man auch beachten sollte, für mich spielt das jetzt aktuell in meinem Arbeitsalltag nicht so eine große Rolle, aber am Anfang fand ich das ziemlich kacke. Die Zahlungen, die du über Elo-Page oder die Verkaufsplattform, die du dann gewählt hast, einnimmst, die werden erst ein, zwei Monate später dir ausgezahlt. Das heißt, da ist immer so ein gewisser Verzug. Das heißt, wenn du jetzt mal einen Monat richtig viel Cash machst, dann dauert das ein, zwei Monate, bis dieser Cash auch ausgezahlt wird. Und am Anfang ist das ein bisschen blöd, weil man natürlich dann sofort das Geld sehen will, was man jetzt auch irgendwie endlich mal verdient hat. Aber mit der Zeit pendelt sich das ein. Also das ist, glaube ich, sehr abhängig von deiner Selbstständigkeit. Wenn du jetzt zweimal im Jahr so einen richtig großen Launch machst und dann davon deine nächsten Monate bezahlen musst, kann das natürlich irgendwie blöd sein. Wenn du dein Unternehmen aber so ein bisschen mehr wie ich aufbaust, dass du versuchst, durch zum Beispiel Membership-Raten oder Abo-Raten oder generell einfach Raten von deinen Produkten, das so ein bisschen monatlich gleichbleibend zu haben, dann ist es eigentlich nicht so, dass das einen krassen Unterschied macht. Also bei YouTube ist das zum Beispiel auch so, dass mir meine Einnahmen ein, zwei Monate später ausgezahlt werden. Das heißt, ich bin generell daran gewöhnt. Das sollte man aber einmal gehört haben und zumindest wissen, dass das auf einen Zug kommen kann. Also ich habe ja eigentlich mein Fazit schon sehr klar gemacht. Ich glaube einfach, viele unterschätzen, wie krass viel Mehraufwand dahinter steckt, wenn man nicht auf so eine Verkaufsplattform als Solo-Selbstständige zurückgreift. Von daher mein klares Fazit, nutze so eine Plattform am Anfang. Natürlich hängt es total davon ab, was du langfristig machen möchtest. Wenn du jetzt zum Beispiel nur 1 zu 1 Beratung machen möchtest, dann brauchst du nicht unbedingt eine Verkaufsplattform, weil du ja deinen Kunden jetzt nicht so viele Inhalte wie jetzt zum Beispiel bei einem Online-Kurs zur Verfügung stellst. 1 zu 1 Beratung habe ich übrigens auch schon mal ein Video zu gemacht, findest du hier. Aber wenn du sowas wie Online-Kurse zum Beispiel hast, macht es so viel Sinn, sich das einfach mal anzugucken und dann rechne für dich einfach mal durch, okay, so viel müsste ich verkaufen, damit ich den monatlichen Preis von der Verkaufsplattform wieder drin habe. Und dann entscheide dich einfach pro oder kontra, aber das Wichtigste, triff eine Entscheidung und komm in die Umsetzung, weil wir wollen ja wirklich Geld verdienen und das tun wir, wenn wir Dinge erledigen. Also, ich hoffe, dieses Video konnte dir einen guten Überblick geben. Falls du jetzt noch mehr zum Thema Selbstständigkeitsaufbau sehen willst, schau dich gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Ansonsten Daumen hoch nicht vergessen und dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis dahin. Tschüssi!